Der Bräutigam als Jagdhund Ein Vater lebte mit seiner bildhübschen Tochter. Fröhlich, freundlich und traumhaft schön war sie. Doch der Vater wollte sie nicht heiraten lassen, obwohl er selbst ein sehr friedfertiger und geselliger Mensch war. Nur dem wollte er sie letztlich zur Frau geben, der es schaffte, ihn in Wut zu versetzen, ihn richtig einmal in Rage zu bringen. Das hörte sich sehr einfach an, aber bisher hatte ihn in seinem ganzen Leben noch kein Mensch richtig wütend gemacht oder ihn wütend erlebt. Im Nachbardorf lebte ein junger Mann, der so anständig war, dass er selber in seinem ganzen Leben noch niemanden anderen wirklich wütend gemacht hatte. Der Junge war auch so arm, dass ihm sowieso niemand seine Tochter zur Frau gegeben hätte, aber er war schon so lange verliebt in das wunderbare Mädchen des Mannes aus dem Nachbardorf. Also machte er sich auf zu dem gemächlichen Vater und sprach zu ihm. Mein Lebtag habe ich noch niemanden so richtig auf die Palme gebracht, aber nun ist es soweit. Du sollst der Erste sein und deine Tochter soll meine Frau werden. Der Vater nickte und bat, den Gast einzutreten, obwohl er diesem gar nichts anbieten konnte, so wie es sich geziemt hätte. Was? Du bittest mich herein und tust so, als hättest du Pferde und Elefanten zu verschenken und in Wirklichkeit hast du deinem Gast gar nichts anzubieten? Dann probierte der Junge aufs Erste den Vater zu ärgern. Der lächelte nur müde, aber ging nicht weiter darauf ein. Stattdessen sagte er, wenn nichts im Hause ist, dann können wir ja zusammen auf die Jagd gehen und etwas besorgen. Der Junge nickte, meinte aber, zu einer Jagd würden ja wohl Jäger und ein Jagdhund gehören. Da es aber keinen Jagdhund im Hause gab, schlug er vor, dass einer von ihnen beiden die Rolle des Jagdhunds einnehmen sollte. Der alte Vater meinte zu dem Jungen, er solle doch der Jagdhund sein. So wurde es dann auch gemacht und auf der Jagd erbeuteten sie einen schönen großen Reier, den der Junge zwischen seinen Zähnen nach Hause trug. Zu Hause meinte der Alte zum Jungen, er solle doch schon einmal Feuer anzünden, er würde derweil den Reier zubereiten. Hunde können kein Feuer machen, geschweige denn Küchenarbeit erledigen, erwiderte der Junge und legte sich faul in die Ecke. Dem alten Vater schaute er genüsslich dabei zu, wie dieser Feuer machte und Essen zubereitete. Du könntest wenigstens die Familie zusammenrufen, sprach der Alte. Aber ich bin ein Hund, ich kann nicht sprechen, erwiderte der Junge. Daraufhin ging der Alte seine Familie zusammenrufen. Als er wiederkam, hatte der Junge alles Fleisch aufgegessen, nur die Knochen hatte er übrig gelassen. Was ist denn hier los? fragte der Alte. Wenn man sein Fleisch nicht versteckt, dann fressen es die Hunde. Du bist selber schuld. Du hättest mich nicht allein lassen sollen mit dem guten Fleisch. Und? Bist du nun sauer auf mich? Innerlich kochte der Vater bereits, aber anmerken ließ er sich natürlich nichts. Dann essen wir eben morgen. Das schadet uns auch nichts, meinte der Alte ruhig. Aber morgen bin ich dann der Hund. Am nächsten Tag gingen sie wieder auf die Jagd. Unterwegs begegneten sie einem Fuchs. Als der sich ins Dickicht verdrückte, hetzte der Junge den Alten so lange hinterher, bis dem die Kleider in Fetzen herunterhingen. Als der Alte das Spiel nicht mehr mitmachen wollte, trieb ihn der Junge mit scharfen Stockschlägen immer weiter vorwärts. Als er schon völlig erschöpft war, erwischte der Alte zu seinem Glück den Fuchs doch noch. Gerade noch bevor der in seinem Loch verschwinden wollte. Nachdem der Alte den Fuchs in seinem Mund nach Hause geschleppt hatte, machte der Junge das Feuer. Er forderte den alten Vater auf, ihm zu helfen. Der verneinte natürlich und meinte, das müsse er schon alleine tun. Er sei ja schließlich ein Hund und er könne das nicht. Von mir aus, sprach der Junge, dann kriegst du fauler Hund eben nichts zu fressen. Er bereitete ein leckeres Gericht zu, deckte den Tisch und tat alles in Essschalen. Dem Alten knurrte schon so laut der Magen, dass es sich anhörte, als würde tatsächlich ein wilder Hund knurren. Seit zwei Tagen schon hatte er nichts mehr gegessen. Bei dem Geruch lief ihm das Wasser im Munde zusammen und sein Magen knurrte immer lauter. Dann forderte der Junge ihn auf, den anderen Familienmitgliedern Bescheid zu sagen, dass das Essen fertig sei. Der Alte lehnte ab, er könne ja nicht sprechen, er sei ja schließlich ein Hund. Er freute sich natürlich schon darauf, dass der Junge den Raum gleich verlassen würde. Aber der Junge ging noch nicht. Stattdessen nahm er einen festen Strick und band den Alten an, so dass der nicht an das Fleisch herankam. Und dann holte er auch nicht die Familie des Alten, sondern er lud die Nachbarn zum Essen ein. Alle setzten sich mit freudigen Erwartungen zu Tisch. Und als er den Alten losgebunden hatte, da wollte der sich auch dazu setzen. Da gab ihm der Junge einen Tritt und schrie ihn an. Du frecher Hund, was bildest du dir überhaupt ein? Raus mit dir! Hunde haben bei Tisch überhaupt nichts zu suchen! Er packte den Alten beim Kragen und schleifte ihn vor die Tür. Vielleicht kriegst du ein paar Reste, wenn etwas übrig bleibt. Das sagte er dann schon wieder etwas ruhiger und drehte sich um, um wieder ins Haus zu gehen. Als der Alte ihm hinterherkommen wollte, warf ihm der Junge einen großen Knochen an den Kopf. Es knallte und der Alte blieb draußen am Boden sitzen. Da hast du deinen Teil, rief ihm der Junge zu. Mehr als Knochen gibt es für Hunde nicht. Da lief dem Alten endgültig die Galle über. Er schrie, du gemeiner Hund, so etwas Übles habe ich ja noch nie erlebt. Du sollst ja deine Braten ersticken! Da lachte der Junge mit einer saftigen Keule in der Hand. Na, habe ich nun gewonnen? fragte er und der Alte musste es zugeben. Dann kriege ich jetzt ja wirklich deine Tochter zur Frau und du bist selbstverständlich der Ehrengast auf unserer Hochzeit. Bitte sei mir nicht mehr böse. Du hast die Spielregeln aufgestellt und ich wollte deine Tochter so gerne für mich gewinnen. Nach einiger Zeit beruhigte sich der Vater langsam wieder, denn er war sich ja nun schließlich gewiss, dass seine Tochter einen klugen Mann bekommen würde. Auf der Hochzeit bekam der Vater vom Brautpaar einen Hund geschenkt, damit er sich von nun an nicht so alleine fühlen müsse und immer gut auf die Jagd gehen könne. Darin kannte er sich ja inzwischen aus. Und so verbrachten sie alle ein wunderschönes Leben und erzählen auch heute immer noch gerne die Geschichte, wie es durch einen Hund zu der Hochzeit kam. und so verbrachten sie und so verbrachten sie . Untertitelung des ZDF, 2020